Theodor Sturm, der Schimmelreiter, siebtes Kapitel Die Sonne war nun endlich schon hinter den Deich hinabgesunken. Statt ihrer glimmte ein violetter Schimmer empor. Mitunter flogen schwarze Krähen vorüber und waren auf Augenblicke wie vergoldet. Es wurde Abend. Auf den Fennen aber rückte der dunkle Menschentrupp noch immer weiter von den schwarzen, schon fernliegenden Häusern nach der Tonne zu. Ein besonders tüchtiger Wurf musste sie jetzt erreichen können. Die Marschleute waren an der Reihe. Hauke sollte werfen. Die kreidige Tonne zeichnete sich weiß in dem breiten Abendschatten, der jetzt von dem Deiche über die Fläche fiel. »Die werdet ihr uns diesmal wohl noch lassen«, rief einer von den Gistleuten, denn es ging scharf her. Sie waren um mindestens ein Halbstieg Fuß im Vorteil. Die hagere Gestalt des Genannten trat eben aus der Menge. Die grauen Augen sahen aus dem langen Friesengesicht vorwärts nach der Tonne. In der herabhängenden Hand lag die Kugel. »Der Vogel ist dir wohl zu groß«, hörte er in diesem Augenblick, Ole Peters Knarrstimme dicht vor seinen Ohren. »Sollen wir ihn um einen grauen Topf vertauschen?« Hauke wandte sich und blickte ihn mit festen Augen an. »Ich werfe für die Marsch«, sagte er. »Wohin gehörst denn du?« »Ich denke auch dahin. Du wirfst doch wohl für Elke Volkerts.« »Beiseite«, schrie Hauke und stellte sich wieder in Positur. Aber Ole drängte mit dem Kopf noch näher auf ihn zu. Da, plötzlich, bevor noch Hauke selber etwas dagegen unternehmen konnte, packte den Zudringlichen eine Hand und riß ihn rückwärts, daß der Bursche gegen seine lachenden Kameraden taumelte. Es war keine große Hand gewesen, die das getan hatte, denn als Hauke flüchtig den Kopf wandte, sah er neben sich Elke Volkerts ihren Ärmel zurechtzupfen und die dunklen Brauen standen ihr wie zornig im heißen Antlitz. Da flog es wie eine Stahlkraft in Haukes Arm. Er neigte sich ein wenig, er wiegte die Kugel ein paar Mal in der Hand. Dann holte er aus, und eine Todesstille war auf beiden Seiten. Alle Augen folgten der fliegenden Kugel. Man hörte ihr sausen, wie sie die Luft durchschnitt. Plötzlich, schon weit vom Wurfplatz, verdeckten sie die Flügel einer Silbermöwe, die ihren Schrei ausstoßend vom Deich herüberkam. Zugleich aber hörte man es in der Ferne an die Tonne klatschen. »Hurra für Hauke!« riefen die Marschleute, und lärmend ging es durch die Menge. »Hauke! Hauke Hein hat das Spiel gewonnen!« Der aber, da ihn alle dicht umdrängten, hatte seitwärts nur nach einer Hand gegriffen. Auch da sie wieder riefen, »Was stehst du, Hauke? Die Kugel liegt ja in der Tonne!« nickte er nur und ging nicht von der Stelle. Erst als er fühlte, dass sich die kleine Hand fest an die Seine schloss, sagte er, »Ihr mögt schon Recht haben, ich glaube auch, ich habe gewonnen.« Dann strömte der ganze Trupp zurück, und Elke und Hauke wurden getrennt und von der Menge auf den Weg zum Kruge fortgerissen, der an des Deichgrafen Werfte nach der Gest hinaufbog. Hier aber entschlüpften beide dem Gedränge, und während Elke auf ihre Kammer ging, stand Hauke hinten vor der Stalltür auf der Werfte und sah, wie der dunkle Menschentrupp allmählich nach dort hinauf wanderte, wo im Kirchspielkrug ein Raum für die Tanzenden bereitstand. Das Dunkel breitete sich allmählich über die weite Gegend. Es wurde immer stiller um ihn her, nur hinter ihm im Stalle regte sich das Vieh, oben von der Gest her glaubte er schon, das Pfeifen der Klarinetten aus dem Kruge zu vernehmen. Da hörte er um die Ecke des Hauses das Rauschen eines Kleides und kleine feste Schritte gingen den Fußsteig hinab, der durch die Fennen nach der Gest hinauf führte. Nun sah er auch im Dämmer die Gestalt dahin schreiten und sah, dass es Elke war. Sie ging auch zum Tanze nach dem Krug. Das Blut schoss ihm in den Hals hinauf. Sollte er ihr nicht nachlaufen und mit ihr gehen? Aber Hauke war kein Held den Frauen gegenüber. Mit dieser Frage sich beschäftigend blieb er stehen, bis sie im Dunkel seinem Blick entschwunden war. Dann, als die Gefahr, sie einzuholen, vorüber war, ging auch er denselben Weg, bis er droben den Krug bei der Kirche erreicht hatte und das Schwatzen und Schreien der vor dem Hause und auf dem Flur sich drängenden und das Schrillen der Geigen und Klarinetten betäubend ihn umrauschte. Unbeachtet drückte er sich in den Gildesaal. Er war nicht groß und so voll, daß man kaum einen Schritt weit vor sich hinsehen konnte. Schweigend stellte er sich an den Türpfosten und blickte in das unruhige Gewimmel. Die Menschen kamen ihm wie Narren vor. Er hatte auch nicht zu sorgen, daß jemand noch an den Kampf des Nachmittags dachte und wer vor einer Stunde erst das Spiel gewonnen hatte. Jeder sah nur auf seine Dirne und drehte sich mit ihr im Kreis herum. Seine Augen suchten nur die eine und endlich, dort. Sie tanzte mit ihrem Vetter, dem jungen Deichgevollmächtigten. Aber schon sah er sie nicht mehr, nur andere Dirnen aus Marsch und Gäst, die ihn nicht kümmerten. Dann schnappten Violinen und Klarinetten plötzlich ab und der Tanz war zu Ende. Aber gleich begann auch schon ein anderer. Hauke flog es durch den Kopf, ob denn Elke ihm auch Wort halten, ob sie nicht mit Ole Peters ihm vorbeitanzen würde. Fast hatte er einen Schrei bei dem Gedanken ausgestoßen. Dann, ja, was wollte er denn? Aber sie schien bei diesem Tanze gar nicht mitzuhalten und endlich ging auch der zu Ende und ein anderer, ein Zweitritt, der eben erst hier in die Mode gekommen war, folgte. Wie rasend setzte die Musik ein, die jungen Kerle stürzten zu den Dirnen, die Lichter an den Wänden flirrten. Hauke regte sich fast den Hals aus, um die Tanzenden zu erkennen, und dort, im dritten Paare, das war Ole Peters. Aber wer war die Tänzerin? Ein breiter Marschbursche stand vor ihr und deckte ihr Gesicht. Doch der Tanz raste weiter, und Ole mit seiner Partnerin drehte sich heraus. »Folina, Folina, Haras«, rief Hauke fast laut und seufzte dann gleich wieder erleichtert auf. Aber wo blieb Elke? Hatte sie keinen Tänzer, oder hatte sie alle ausgeschlagen, weil sie nicht mit Ole hatte tanzen wollen? Und die Musik setzte wieder ab, und ein neuer Tanz begann, aber wieder sah er Elke nicht. Doch dort kam Ole noch immer die dicke Folina in den Armen. »Nun, nun«, sagte Hauke, »da wird Jeshardes mit seinen 25 Demat auch wohl bald aufs alten Teil müssen.« »Aber wo ist Elke?« Er verließ seinen Türpfosten und drängte sich weiter in den Saal hinein. Da stand er plötzlich vor ihr, die mit einer älteren Freundin in einer Ecke saß. »Hauke«, rief sie mit ihrem schmalen Antlitz zu ihm aufblickend, »bist du hier? Ich sah dich noch nicht tanzen.« »Ich tanze auch nicht«, erwiderte er. »Weshalb nicht, Hauke?« Und sich halb erhebend setzte sie hinzu, »willst du mit mir tanzen?« »Ich habe es Ole Peters nicht gegönnt. Der kommt nicht wieder.« Aber Hauke machte keine Anstalt. »Ich danke, Elke«, sagte er, »ich verstehe das nicht gut genug. Sie könnten über dich lachen, und dann«, er stockte plötzlich und sah sie nur mit seinen grauen Augen herzlich an, als ob er es ihnen überlassen müsse, das Übrige zu sagen. »Was meinst du, Hauke?« frug sie leise. »Ich mein, Elke, es kann ja doch der Tag nicht schöner für mich ausgehen, als er es schon getan hat. »Ja«, sagte sie, »du hast das Spiel gewonnen.« »Elke«, mahnte er kaum hörbar, da schlug ihr eine heiße Lohe in das Angesicht. »Geh«, sagte sie, »was willst du?« und schlug die Augen nieder. Als aber die Freundin jetzt von einem Burschen zum Tanzer aufgefordert wurde, sagte Hauke lauter, »Ich dachte, Elke, ich hätte was Besseres gewonnen.« Noch ein paar Augenblicke suchten ihre Augen auf dem Boden, dann hob sie sie langsam und sein Blick mit der stillen Kraft ihres Wesens traf in die Seinen, der ihn wie Sommerluft durchströmte. »Tu, wie dir ums Herz ist, Hauke«, sprach sie, »wir sollten uns wohl kennen.« Elke tanzte an diesem Abend nicht mehr, und als beide dann nach Hause gingen, hatten sie sich Hand in Hand gefasst. Aus der Himmelshöhe funkelten die Sterne über der schweigenden Marsch. Ein leichter Ostwind wehte und brachte strenge Kälte. Die beiden aber gingen ohne viel Tücher und Umhang dahin, als sei es plötzlich Frühling geworden. Hauke hatte sich auf ein Ding besonnen, dessen passende Verwendung zwar in unbestimmter Zukunft lag, mit dem er sich aber eine stille Feier zu bereiten gedachte. Deshalb ging er am nächsten Sonntag in die Stadt zum alten Goldschmied Andersen und bestellte einen starken Goldring. »Steckt den Finger her, damit wir messen«, sagte der Alte und faßte ihm nach dem Goldfinger. »Nun«, meinte er, »der ist nicht so dick, wie Sie bei den Leuten sonst zu sein pflegen.« Aber Hauke sagte, »messet lieber am kleinen Finger« und hielt ihm den entgegen. Der Goldschmied seien etwas verdutzt an. »Aber was kümmerten ihn die Einfälle der jungen Bauernburschen?« »Da werden wir schon einen unter den Mädchenringen haben«, sagte er, und Hauke schoss das Blut durch beide Wangen. Aber der kleine Goldring passte auf seinen kleinen Finger und er nahm ihn hastig und bezahlte ihn mit blankem Silber. Dann steckte er ihn unter lautem Herzklopfen und als ob er einen feierlichen Akt begehe in die Westentasche. Dort trug er ihn seitdem an jedem Tage mit Unruhe und doch mit Stolz, als sei die Westentasche nur dazu da, um einen Ring darin zu tragen. Er trug ihn so über Jahr und Tag. Ja, der Ring musste sogar aus dieser noch in eine neue Westentasche wandern. Die Gelegenheit zu seiner Befreiung hatte sich noch immer nicht ergeben wollen. Wohl war es ihm durch den Kopf geflogen, nur geradewegs vor seinen Wirt hinzutreten. Sein Vater war ja doch auch ein Eingesessener. Aber wenn er ruhiger wurde, dann wußte er wohl, der alte Deichgraf würde seinen kleinen Knecht ausgelacht haben. Und so lebte er und des Deichgrafentochtern nebeneinander hin, auch sie in mädchenhaftem Schweigen und beide doch, als ob sie allzeit Hand in Hand gingen. Ein Jahr nach jenem Winterfesttage hatte Ole Peters seinen Dienst gekündigt und mit Folina Harders Hochzeit gemacht. Hauke hatte Recht gehabt. Der Alte war auf Altenteil gegangen und statt der dicken Tochter ritt nun der muntere Schwiegersohn die gelbe Stute in die Fenne und, wie es hieß, rückwärts alle Zeit gegen den Deich hinan. Hauke war Großknecht geworden und ein Jüngerer an seine Stelle getreten. Wohl hatte der Deichgraf ihn erst nicht wollen aufrücken lassen. »Kleinknecht ist besser«, hatte er gebrummt. »Ich brauche ihn hier bei meinen Büchern.« Aber Elke hatte ihm vorgehalten. »Dann geht auch Hauke, Vater.« Da war dem Alten bange geworden und Hauke war zum Großknecht aufgerückt, hatte aber trotz dessen nach wie vor auch an der Deichgrafschaft mitgeholfen. Nach einem anderen Jahr aber begann er gegen Elke davon zu reden, sein Vater werde kümmerlich und ein paar Tage, die der Wirt ihn im Sommer in dessen Wirtschaft lasse, täten es nun nicht mehr. Der Alte quäle sich, er dürfe das nicht länger ansehen. Es war ein Sommerabend. Die beiden standen im Dämmerschein unter der großen Esche vor der Haustür. Das Mädchen sah eine Weile stumm in die Zweige des Baumes hinauf. Dann entgegnete sie. »Ich hab's nicht sagen wollen, Hauke. Ich dachte, du würdest selber wohl das rechte Treffen.« »Ich muss dann fort aus eurem Hause«, sagte er, »und kann nicht wiederkommen.« Sie schwiegen eine Weile und sahen in das Abendrot, das drüben hinteren Deiche in das Meer versank. »Du musst es wissen«, sagte sie, »ich war heute Morgen noch bei deinem Vater und fand ihn in seinem Lehnstuhl eingeschlafen. Die Reißfeder in der Hand, das Reißbrett mit einer halben Zeichnung lag vor ihm auf dem Tisch. Und da er erwacht war und mühsam ein Viertelstündchen mit mir geplaudert hatte und ich nun gehen wollte, da hielt er mich so angstvoll an der Hand zurück, als fürchte er, es sei zum letzten Mal. Aber, was aber, Elke, frug Hauke, da sie fortzufahren zögerte. Ein paar Tränen rannen über die Wangen des Mädchens. »Ich dachte nur an meinen Vater«, sagte sie, »glaub mir, es wird ihm schwer ankommen, dich zu missen.« Und als ob sie zu dem Worte sich ermannen müsse, fügte sie hinzu, »mir ist es oft, als ob er auf seine Totenkammer rüste.« Hauke antwortete nicht. Ihm war es plötzlich, als rühre sich der Ring in seiner Tasche. Aber noch bevor er seinen Unmut über diese unwillkürliche Lebensregung unterdrückt hatte, fuhr Elke fort, »Nein, zirn nicht, Hauke, ich trau, du wirst auch so uns nicht verlassen.« Da ergriff er eifrig ihre Hand und sie entzog sie ihm nicht. Nach einer Weile standen die jungen Menschen in dem sinkenden Dunkel beieinander, bis ihre Hände auseinanderglitten und jedes seine Wege ging. Ein Windstoß fuhr empor und rauschte durch die Eschenblätter und machte die Läden klappern, die an der Vorderseite des Hauses waren. Allmählich aber kam die Nacht und Stille lag über der ungeheuren Ebene. Anfänger